Wir sind als die, die nach dem Krieg geboren sind, verantwortlich für das, was wir wirklich gelernt haben. Und wie du es auch gesagt hast, wir tasten uns vor an viele neue Aufgaben. Und das wollen wir auch gemeinsam tun. Wenn man einmal denkt, dass von heute an nur noch sechs Monate sind, bis zur Europawahl, dann können wir uns vorstellen, welche Auseinandersetzung wir da auch zu führen haben werden über die Zukunft Europas. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir die Arbeiten von Meseberg fortsetzen müssen und dann auch wirklich liefern müssen und mit unseren Kollegen in Europa besprechen müssen, welche Entscheidungen wir treffen können. Vielen Dank. auf der franco-Allemann und europäische Ebene, denn wir können und müssen viel, d'ici im Mai, um diese Europäer plus unie, plus souveräne, plus efficace, die wir brauchen.